Guten Tag, Miss Ocean. Eine Bewährung ist, wie Sie wissen, ein Privileg. Es war ein Fehler. Aber es ist halt passiert. Und wenn man mich freilässt, würde ich gerne... ein ganz normales Leben führen. Ich will nur einen festen Job, ein paar neue Freunde... und meine Rechnungen bezahlen. Selbst wenn das möglich wäre, braucht man dafür 20 Leute. Sieben Leute. Warum willst du das machen? Weil ich es gut kann. Wie lange brauchst du, um sieben Schmuckstücke zu machen? Fünf, sechs Stunden. Und wenn ich dir sage, du musst nicht mehr bei deiner Mutter wohnen? Ist die, du meine Postkult bei dir nicht. Weniger. Wie heißt du? Nein, Ball. Und wie heißt du wirklich? Hate, Ball. Ich werde bitte arm sein. Und wenn wir dich hiervon befreien könnten? Kann ich meine Uhr wiederhaben? Und Ihre auch? Entschuldigung. Schon gut. Ich bin bei meiner Familie. Ich bin in der Garage. Willst du wissen, was für ein Riesending? Nein, ich bin raus. Ich sag dir, was für ein Riesending. Ich bin ganz bald wieder da. Darf ich mit? Das ist Mami's ganz spezielle Geschäftsreise. In dreieinhalb Wochen veranstaltet die Matt ihren alljährlichen Ball. Und wir werden ihn abräumen. Nicht den Ball selbst, sondern den Hals von Daphne Kluger. Den Wert von über 100 Millionen Dollar. 150 Millionen sogar. Rache. Das ist ein Schnäppchen. Man macht nie zwei Jobs auf einem. Taylor Swift? Können wir nicht einfach nur dahin? Müssen wir klauen? Ja. Ist das genetisch? Ist die ganze Familie so? So ist es. Die Voices. Vers. Performance. – waerei. Fit. Que OS? – 切.